So, jetzt aber. Schnell. Schreibtisch. Er hat gesagt, dass es auf seinem Tisch sein würde. Was ist das? Nichts. Nur eine Art von Tywin Lannister. Oh, noch eine blödie Latter. Tyrian Strongbox. Oh, es muss hier sein. Mira, ich glaube, die Lannister-Gard ist zurück. Nein, nein, das ist die andere. Schau, ich habe eine Art von ihnen. Ich weiß, ich habe jemanden in hier gehört. Search the place. Wir finden sie. Und danach. Die Schlüssel. Sehr gut. Es ist kein Zeitpunkt. Du hast es geschafft. Wie? Ich habe eine Tapestrie auf Feuer, dringend der Halle. Ich habe dir einen Moment, vielleicht auch. Oh, danke. Du hast es gefunden? Ich glaube, es muss hier sein. Es muss sein. Ich habe sie gefunden. Achso, das Treffen. Das Treffen. Oh Gott. Ah, ihr vertraue ich noch am besten. Wir haben einen Vater, um uns zu helfen. Sie muss einen Grund haben. Ich höre, was sie zu sagen, aber ich werde nicht vergessen, wer sie ist. Gut. Siehst du, was unsere Familie hier gemacht hat? Gott. Hier. Ihr könnt ihr das. Ihr könnt ihr uns kennen, seit ihr waren Kinder. Ich glaube, ohne ist besser. Wenn sie das sieht und dieses Misstrauen, nee, 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 nee. Nichts können sie, sie haben einen Baum drauf fallen lassen. Es ist nicht genug, um unsere Wälder zu nehmen. Sie müssen unsere Höhle zu nehmen. Die sind halt, die können das halt nicht. Die sind White Hills und nicht Forresters. Verdammt White Hills. Sie kümmern alles, was sie sehen. Sie verstehen nichts über Ironwood. Offensichtlich. Was ist das für ein Wagen? Split beams, cracked wheels, schoddy Workmanship. Wir können nicht mit Holz um. Oh je, das muss schon eine Weile her sein, was? Roderick. Aber ihm geht's immer besser. Den Arm kann er jetzt einigermaßen bewegen. Er stand letztens auch ohne Krücke. Gute Zeichen der Besserung. Mhm. Mhm. Ja. Das scheint alles so weit weg. Gerade in solchen Zeiten. In solchen Krisenzeiten. Die gute alte Zeit. Lang, lang ist es her. Sie hat einen Dolch. Sie hat einen Dolch. Ich... Ich war nicht sicher, was ich hier finden würde. Hallo, Gwyn. Roderick. Sie sahen mein Vater's Arbeit dort, nicht wahr? Es gibt keinen Weg, es zu verlieren. Und er wird nicht stoppen. Er bedeutet, das zu jeder Inch von deinem Land zu tun. Ich muss das aufhören. Es kann nicht weitergehen. Ich weiß. Du musst mir glauben. Ich verstehe mich. Ich glaube nicht mit meinem Vater. Ich war nicht sicher, dass du sogar noch was zu zeigen. Wir nehmen ein Riesk. Wir haben ein Riesk. Das ist so, wie es ist. Es ist wie es muss. Bruder. Und für heute kommen. Es ist gut zu sehen. Und du auch, Roderick. Ich glaube, wir können uns helfen. Aber kurz, ich... Ich habe gehört von Asscher. Er hat sich um ihn zurückgekommen. Warum kommt er zurück? Ich liebte ihn mal. Ich liebte ihn mal. Ich liebte ihn für Asscher zurück. Aber nicht so wie das. Wie wissen Sie von meinem Bruder? Das ist... Teil davon, warum ich hier bin. Aber ich muss wissen, dass du die gleichen Gründe gekommen bist, wie ich habe. Ich will Frieden zwischen unseren Familien. Keine mehr Wahlen. Keine mehr Blödsinn. Keine mehr Blödsinn. Ist das das, was du auch willst? Ich muss es hören, dass du es sagst, Roderick. Willst du mit mir arbeiten? Ja. Frieden bedeutet, dass meine Familie sicher sein wird. Natürlich ist das, was ich will. Die Jahre blödsinn hat dich mit Wissen, Roderick. Und es ist gut, dass du es hast. Denn peace ist die einzige Hoffnung, die deine Familie hat. Mein Vater ist nur für eine Begründung. Warum glaubst du, dass er mein Bruder hat? Weil es gibt Probleme. Mein Vater wird ein Bruder auf deine Haus. Unless... Du lässt Griff fühlen, wie er in Kontrolle. Ich weiß, dass du nicht möchtest, dass mein Vater nicht möchtest. Aber... Du würdest wunderschön, um mehr Respekt zu Griff zu zeigen. Ich werde ein guter Gesicht machen und lassen ihn denken, was er möchte. Das ist das, was ich zu tun. Es ist. Mein Lord! A band of Riders kommen aus dem Norden. Seven Hells. Mein Vater's guards müssen mich beherrschen. Wenn sie uns hier verraten, werden sie töten. Dann haben wir keine Zeit zu verraten. Los geht weiter mit. Mein Vater verraten, um eine Bewegung gegen deine Familie zu machen. Ich weiß nicht alle Details, aber er hat einen großen Geld verdient, zu jemandem in King's Landing. Ich schaue für deine Familie, Roderick. Du glaubst, dass du nichts mehr zu verlieren kannst. Er ist bereit, um dich zu zeigen. Aber was ist dein Vater verraten? Ich versuche, ich weiß nicht. Aber was es ist, er kennt alle deine Schmerzen. Alle deine Schmerzen. Was? Wie? Weil du hast einen Traitor in deinem Council. jemanden, der kennt alle Details von deinem Umständen. Du musst erzählen mir. Wer ist er? Ich weiß nicht. Wir wissen, du planst zu retten, Ryan. Auch wenn es bedeutet, abandone dein Haus zu Gryff. Was? Ich versuche, Gwyn. Ich versuche, ihr braucht. Ich versuche, ihr habt, was ich zu tun. Ich versuche, ihr solltet ihr. Ich versuche, ihr solltet ihr. Wenn ihr wollt, wenn ihr mit unseren Familien befindet. Es ist die einzige Art. Ihr habt meine Wort, Gwyn. Ich mache meine Part. Danke. Herr Kahn, die Räder sind nahe auf uns. Wir müssen gehen. Was ich gesagt habe, ist, was du tun mit dem tun. Und erinnern, ich werde darüber hören, wenn du nicht. Herr Kahn! Herr Kahn! Das ist... Come along, Duncan. Oh, Gott. Oh, nein. Haben sie vor gar nichts Respekt? Oh, Gott. Broderick. Look at what's become of our house. You were nowhere to be found and they just... Oh, they are vile men. Where were you? We need you here. To hold this house together. Mother, I... I believe we have an ally in House Whitehill. And I've learned we face grave dangers. But... What... What did this ally tell you? Lord Whitehill is plotting against us. Lord Whitehill is plotting against us. I don't know his plans. But I fear them. And the only way he'll stop is if we submit to Griff's rule of our house. What? Would you really give up control of our house? Griff is already a torment. How much worse could it get? I have to keep the peace with Griff. Even if that means letting him have his way at times. The thought of it makes me ill. I don't like it either. Was this all? Did you learn anything more? You need to tell me. Enough with the mysteries, my son. Is it not bad enough for you already? It's bad enough having their soldiers in our house. But if you won't be open with me, then our problems run deeper. Ha ha ha! Go on! Go on! Get in there! Lord Ethan! Go get in there! You do what you're told! No please! I'm just a real boy! Hold on! Hold on! Hold on! Hold on! Hold on! He was standing over there! No he was! No no he was over there! Get down there! Get down there and die! Get down there and die! What do you want from me? No! No he was over there! And Ramsay was here! I'll play it how I want! You will bend the knee to your liege lord! I must speak true! I haven't the balls to defy you, Lord Ramsay! Why would you be so much more fun if you fought back? Oh look here! It's the new lord! You're in luck! We're just getting to the best part! Little Lord Ethan's final breath! Unless you want to play the Lord of House Forrester instead! You can't do this! You can't do this! Get out of our house! Right now! We'll do as we please! Besides, we're not finished! You... Must... Stop! I know you've seen it before! But... It gets better every time! You wanna play? Yeah, we wanna play! Give me the night! No! No! That won't do! If you won't be eating, you'll just have to watch! And see how it's done! Oh, please! No! Say hello to your father! Oh no! Ethan! Wie kann man nur solch ein Schwein rein? Ich bin froh, dass ich meine Brüder mit deinem Blüten schraue, wenn ich die Blüten schraue, wenn ich die Blüten schraue, dann schraue ich meine Brüder auf dem Boden. Ich hoffe, dass es alles gut ist. Es wird gut sein, wenn ich diese Blüten aus deinem Blüten schraue und sehe die Leben aus deinen Augen zu sehen. Ich war doch ganz nett. Also, das waren immer die freundlichsten Möglichkeiten, die ich hatte. Einen Haufen Narren. Wir können die alle nur solche Schweine sein. Es ist mir nicht begreiflich, es ist eine so schreckliche Welt. In der würde man ungern leben wollen, das kann ich euch sagen. Na gut. Aber wir werden unsere Rache haben. Ich bin mir ganz sicher, wir werden unsere Rache bekommen. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Aber wir müssen geduldig sein. Unser Herz mag anderes sagen und denken, aber nach außen hin bleiben wir ruhig und geduldig. Ich hoffe, ihr gebt mir da recht. Ich hoffe, das Spiel gibt mir am Ende recht. Und belohnt uns für unsere Geduld und das Leiden, welches wir jetzt durchmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Schau doch mal auf Facebook und Twitter vorbei. Bis zur nächsten Folge. Ciao.